Wie lange bist du schon abhängig von Drogen, wenn ich fragen darf? Das sind circa zehn Jahre. Zehn Jahre abhängig, ja. Von was bist du abhängig? Heroin und Kokain. Konsumierst du das intravenös oder rauchst du? Ich habe alles durch davon. Was machst du aktuell? Aktuell Heroin. Aber nicht mehr Spritzen. Na, rauchen tue ich. Du tust rauchen, okay. Durch meine Aufenthalte habe ich hinterher das mit den Spritzen aufgehört, Gott sei Dank. Du bist im Gefängnis gewesen? Genau, nicht nur einmal. Darf ich fragen, warum du im Gefängnis warst? Riesengroße Diebstähle in großem Stil. Okay, was für Diebstähle genau? Ja, keine Werte unter 5000 Euro. Und da habe ich für hinter vier Jahre gekriegt. Wie lange bist du auf freiem Fuß? Ach, noch nicht so lange. Das sind ein paar Tage jetzt erstmal wieder. Geht es dir im Knast besser wie draußen? Nein, im Knast geht es mir gar nicht besser. Draußen geht es mir besser. Da habe ich meine Freiheit. Ich brauche meine Freiheit. Ja, jede Minute im Knast ist zu viel. Das ist eine Bestrafung, die man nie… wünsche ich keinem, ne? Wo warst du? In Gelsenkirchen? Gelsenkirchen ist nicht mehr zuständig, sondern in die Salonen und dann kann ich nach Erländern öffnen. Okay, und also du bist seit ein paar Tagen ja auch so im Gefängnis wieder draußen. Ja, genau. Fühlt sich das an, wieder draußen zu sein? Ja, man fällt wieder zurück. Man hat kein Zuhause. Bist du obdachlos? Ich bin obdachlos, ja. Lebe auf die Straße, gehe anschaffen, mache einiges. Durch die Anschaffung habe ich eine Vergewaltigung hinter mir. Vor kurzem wurdest du vergewaltigt? Genau, das ist ungefähr circa anderthalb Jahre her. Die Verhandlung war erst vor einem halben Jahr, ne? Möchtest du mit mir darüber reden? Ja, kein Problem. Kannst du mir mal einmal genau berichten, wie du vergewaltigt wurdest, wie das entstanden ist? Ja, durch den Bekannten einfach. Wir haben zusammengesessen, zusammen konsumiert, ne? Und ich trinke ja auch keinen Alkohol, hatte mir ein Glas Wasser gebracht. War ganz normal gewesen. Und irgendwann fragte er mich nochmal nach dem Glas Wasser und brauchte aber länger aus der Küche zu kommen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ja, und dann war ich auch immer weg vom Fenster und habe hinterher gemerkt, wie er mir eingedrungen war. Okay, man hat hier Alkohol da oder K.O. drauf? Nein, das sind Lyriker. Die kann man im Glas wachen und dann fällst du sofort mit dem Kopf auf den Tisch. Kannst du den Leuten mal da draußen erklären, was Lyriker ist? Lyriker ist eigentlich normalerweise ein reines Nervenmedikament für Menschen, wo arme Beine fehlen. Das sind Phantomschmerzen. Die hat man damals nur so. Aber durch den Mischkonsum wird das viel, viel stärker. Und das geht ganz schnell. In Lyriker gibt man auch Angstpatienten, ne? Genau, Angstzustände, Panikzustände. Dadurch habe ich das auch ganz, ganz früher. Vor ganz vielen Jahren habe ich nichts mit Drogen zu tun gehabt. Die konnte man schnell absetzen. Aber heute sind so viele an unseren Leuten dran von der Schorben, ne? Von Lyriker? Ja, genau. Mit dem Mischkonsum dabei. Sie sind ja missbraucht, ne? In der Drohungsszene. Auf jeden Fall, ne? Da haben sie extra jetzt auch einen Konsum rausgeholt, dass es nicht mehr dieses Lyriker existiert, ne? Ah, okay. Die haben an dem Wirkstoff was verändert? Genau. Ein Material haben sie da rausgenommen. Okay. Kommen wir nochmal auf die Vergewaltigungsgeschichte zurück. Dann hast du gemerkt irgendwie, dass man in die Eingedrungen ist? Genau. Dann bin ich ja von mir zu mir gekommen. Ja, und dann wollte er mich dabei umbringen noch dazu, ne? Zusätzlich. Wie umbringen? In welcher Form? Würgen. Der wollte mich richtig erwürgen. Wie hast du das verhindert? Ja, ich habe mich gewehrt, in eine Eier getreten, alles Mögliche. Wie sollte ich das machen? Du hast um dein Leben gerungen? Ja, habe ich. Ich habe sogar um Hilfe geschrien. Es hat sich sogar keiner drum gekümmert. Na, absolut nicht. Und das kam dabei raus, drei Jahre Freiheitsstraff hat er bekommen und mehr nicht. Okay. Das tut mir sehr leid, dass dir das widerfahren ist. Ich hatte noch einen fürchterlichen Autounfall, ne? Und dann wurde ich obdachlos und dazu kam das hinterher alles. Du hast einen fürchterlichen Autounfall gehabt? Ja, hier oben auf dem Wald. Sind 81 kmh angefahren. Ja. Hirnschäden? Ein wenig, ja. Habe ich Probleme ein bisschen mit, ja. Oh, also du bist auf den Kopf gefallen? Intelligent. Ich habe drei Ausbildungen hinter mir, zwei selbstständige Arbeitsstellen gehabt. Ich habe drei Töchter, zwei Enkelkinder, ne? Aber meine Familie ist sehr enttäuscht von mir. Muss man sein, dass wir das alle sehen? Sollen sie Freunde oder so, soll das alles wissen, wie es ist? Ja, es ist halt so. Aber du stehst dazu auch? Ich stehe dazu, ja. Aber weil man da alleine gestanden hat. Man hat eine große Familie, große Freunde, man ist da. Man hat dir nicht richtig helfen können? Nein. Egal in welcher Hinsicht, ne? Und ich lebe immer noch damit. Und warte immer noch auf einen Therapieplatz. Und du gehst anschaffen? Verhütest du oder verhütest du? Ich verhüte. Um Gottes Willen, ich verhüte alles. Toi, toi, toi. In den ganzen Jahren. Ich habe keine einzige Krankheit erlitten. Das ganze Geld, was du da einnimmst bei der Prostitution, gibst du was für die Drogen aus? Drogen. Und ich lege Geld zur Seite für meine Kinder, ne? Aber wo legst du das Geld denn zur Seite? Du lebst ja auf der Straße. Ja, ich habe da einen Bekannten, wo ich das Geld hinbringen kann. Es sind schlechte Zeiten, die wir wirklich haben. Und dann brauche ich auch selbst Geld. Und dann kann ich immer dazugreifen. Du kannst deinem Bekannten auch vertrauen, oder? Den kann ich auch tausendprozentig vertrauen. Konsumiert der selber auch? Nein, um Gottes Willen. Sonst würde ich das ja nicht machen, ne? Der hat mich auch... Ich war zweimal, also wenn du so siehst, zwei Jahre clean von heute auf morgen wegen ihm gewesen, weil er mir geholfen hat. Aber wir sind zwölf Wochen im Urlaub gefahren. Ich hatte keine Chance, irgendwo dran zu fahren gekommen, ne? Und wie viel Freier brauchst du am Tag, um deine Drogenbesucht zu finanzieren? Ähm, ich verdiene genug schon an einem Freier. Du hast einen bestimmten Freier, wo du wirklich sehr gut findest? Ich habe mehrere Freier, aber ich brauche nicht so viele. Zum Beispiel jede Frau, die gehen für 5 Euro, für 10 Euro mit. Aber das mache ich nicht, ne? Ja. Okay. Und wo gehst du hin? Gehst du zum Straßenstrich, oder gibt es da irgendwo eine bestimmte Stelle, wo du dich hinstellst? Über Internet, Straßenstrich, ich fahre auch nach Essen, überall wo es... Okay, und wie lange machst du das schon mit dem Anschaffen? Mit dem Anschaffen mache ich schon bestimmt jetzt 6 Jahre. 6 Jahre, okay. Und du stehst auch dazu? Ja, ich stehe auch dazu, ja. Warum soll ich es verheimlichen? Du machst es nicht legal, du machst es illegal? Ja. Okay. Hier in Dortmund ist es leider illegal, ne? Oder du musst einen Gewerbedürfe anmelden. Und möchtest du irgendwann mal aus der Sucht wieder rauskommen? Ja, ich warte ja nur auf dem Therapieplatz. Ich muss den 35er machen. Ja, den kenne ich selber auch. Genau, und ich will raus aus Dortmund, ne? Ich will nochmal ganz neu anfangen. Meine jüngste ist 14 Jahre, meine mittlere 16, 23 Jahre. Was denn, ja? Ja. Ja, das ist heftig. Ja. Ich wünsch dir auf jeden Fall, also das ist eine krasse Geschichte. Ich möchte wieder, ich hab drei Berufe gelernt auch. Wenn du willst, wenn du willst, wir können dich mit auf deinem Weg verfolgen. Ja, wäre sehr nett. Wir werden auch versuchen, dich da rauszubringen, wenn du das möchtest. Hast du Kinder? Ja, ich hab drei Töchter. 14, 16, 23 und zwei Enkelkinder. Hast du Kontakt zu denen? Ich hab Kontakt, aber bis ich grad die letzte Nachricht gekriegt habe, sind die sehr enttäuscht. Die wollen nichts mehr von mir im Moment wissen, ne? Und das super. Und weshalb sind die enttäuscht, wenn ich fragen darf? Weil ich immer verspreche. Und dann, wenn man alleine da steht, die verstehen nicht, wie es ist, wenn man alleine ist. Ich bin die Mama. Und nicht die Kinder müssen sich um mich kümmern. Verstehst du, wie ich das meine? Ich bin die Mutter. Und ich muss wieder dort reinkommen. Okay, die sind enttäuscht, weil du immer wieder denen sagst, dass du dir helfen lässt. Genau. Und das tue ich auch. Aber da kommt immer wieder was dazwischen. Das rammt mich so von hinten weg. Und dann ist es halt so, ne? Das macht dich gerade eben auch sehr traurig, oder? Du möchtest etwas ändern, aber es fehlt dir nicht schwer. Das geht einfach nicht. Hier hilft man nicht. Und erst recht hier für uns Frauen, ne? Es gibt Frauen. Wir sind jetzt viele gestorben und alles. Ne? Also, dein Kollege dachte, ich gehöre zum Kaffee Kick. So wie ich eigentlich... Ich steche überall raus. Und hier sagt Sabrina, du gehörst hier nicht hin. Ich will auch raus aus Dortmund komplett. Du musst raus aus der Stadt Dortmund? Ich will es auch. Ich will es auch. Sonst, ich komme nicht klar. Ich kriege Paranoia mittlerweile. Panikzustände und alles, ne? Okay, du hast Panikattacken? Starke Panikattacken? Ja. Mit Todesängsten? Ja. Dass ich hinterher doch wieder zur Vergewaltigung kommt. Ich muss aufpassen, ne? Weil ich weiß, ich passe auf. Immer. Aber dann, es kann auch mal passieren, dass es nicht so ist, ne? Das kann ganz schnell gehen. Okay. Die größte Sorge, die du hast, oder die größte Angst, die du hast, kannst du mir die mal näher bringen? Ja, die größte Angst, dass ich komplett meine Kinder verliere. Und dann, ich hab sogar, hab ich ein Suizid schon, äh, fast 10 Termine. Ich wollte hier von der B1 Brücke auch springen. Und dann werde ich es auch hinter tun, ja. Okay, du, du warst kurz davor von der B1, von der Brücke runter zu springen? Das ist jetzt alles zwei Jahre her, alles. Alles insgesamt, was ich dir erzählt habe, jetzt zwei Jahre davon. Weil du jetzt auch, du warst aber eine längere Zeit jetzt wieder drin, deswegen, ähm, ist das für dich noch eigentlich relativ neu. Das ist jetzt, äh, ich, äh, wie soll ich sagen, neu ist es nicht. Ich kann, kann, äh, keine Verarbeitung finden. Aktuell Suizidgedanken? Ja, nein? Nein, gar nicht, nein. Ähm. Wenn es gar nicht mehr geht, dann denke ich, ist es soweit wieder. Welche Drogen genau konsumierst du derzeit? Heroin im Moment, und das brauche ich auch ganz dringend. Okay, bist du momentan etwas affig? Ja, bin ich auch. Ich bin richtig anzügig, ne? Okay, also du müsstest gleich dir eine Konsumeinheit besorgen und sofort dann Blech rauchen, oder was machst du? Ja, ich rauche nur noch Blech. Ich geh nicht mehr an der Nadel, ich hab mir geschworen, ich geh nicht wieder an der Nadel, ne? Und wie viele Jahre bist du schon abhängig? Ja, insgesamt sind es jetzt auch, ja, acht, acht Jahre, ja. Acht, zehn, ja, Moment, ich werde jetzt 43, mit 35 habe ich angefangen, so circa, wo ich meine Kneipe aufgeben musste. Hast du eine Mobiltelefonnummer, wo wir dich erreichen können, weil wir würden dich gerne auf deinem Weg begleiten? Ja, klar, kann ich euch geben, ist kein Problem. Ja. Könnte ich euch mal meine Kinder vorstellen und dann hört ihr euch mal ihre Geschichte dazu an, wie die sich dabei fühlen. Wir sind ein Format, wir sprechen die Sprache der Menschen, die suchtkrank sind und wir möchten euch versuchen, aus dem Teufelskreis wieder rauszubringen. Ja, ich denke mal von 100% schafft man höchstens 10%, wenn überhaupt, wenn, so denke ich. Das Problem bei Suchtmittelabhängigen ist das so, dass die sich selber anlügen, also die wollen mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Die sind nicht beschäftigt. Verdrängung. Genau. Man braucht einen Arbeitsplatz, ein geregeltes Leben, man braucht ein Zuhause, man braucht alles. Man braucht auch den Partner dazu, ich bin einfach nur alleinerziehend. Und ich habe alles versucht hinter für meine Kinder an Geld ranzukommen und dann bin ich hinter eine Drogen. Kannst du den Menschen da draußen etwas mit auf den Weg geben? Bezüglich Drogen, ja, nehmen, nicht nehmen? Nein, Drogen überhaupt nicht und wenn, dann sollten sie wirklich helfen, versuchen irgendwie zu finden, Familie aufzuklären. Weil meine Familie wollte damit nichts von mir sitzen, also wissen und habe mich rausgeschmissen. Also abgestoßen von einer großen Familie und ich habe eine große Familie. Du bist 43, glaube ich, ne? Ich werde 43 im November, ja. Ja, wie gesagt, also das ist die junge Dame, die wir gerne weiterverfolgen möchten. Wir möchten gerne ein paar Dokus mit dir drehen, ein paar Blogs mit dir drehen. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg alles Gute. Wir werden uns definitiv wiedersehen!